Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation gewesen. Wir haben natürlich alles gegeben und der Trainer hat die Mannschaft aufgestellt, aber wir versuchen natürlich alles im Training zu geben und wir werden natürlich immer alles bringen. Man versucht im Training was zu bringen, man versucht den Pfand wegzubringen und am Ende entscheidet der Trainer, aber ich habe Vertrag. Was ist für das Rückspiel noch drin? Das Rückspiel ist genau wie das Hinspiel, nur wir spielen woanders. Was wollen Sie Ihrem Teamkollegen, Luke, der bei uns im Studio ist, sagen? Der Luke ist im Studio? Hey, alles klar! Hey, hey, hey! Das ist voll der Opfer, der Luke, ey! Ja, da ist natürlich einiges vorgefallen, das ist richtig. Wir wollen das aber natürlich unter vier Augen klären, wir klären das bei Instagram. Super, vielen Dank, klare, eindeutige Aussagen.